Die Landungsbürger Nummer drei, das ist die Adresse von Hamburgs höchster Brauerei. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen, doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen, doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Kurze Frage und dann schnell mal nachgedacht. Was ist die beste Adresse, die Hamburg zu bieten hat? Das ist die Elbschutzsee, aber 100 Kronen. Die richtige Antwort muss lauten, aber so. Bei dem sagt Pauli Landungsbürger Nummer drei, Das ist die Adresse von Hamburgs höchster Brauerei. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen, doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen, doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Der Pegelturm, der zeigt den Stand der Tide an. Ja, ist das jetzt Ad oder Blut hier, oder sag mal, was hier lohnt es hier? Blut, Blut kommt, Ebbe, worauf man sich verlassen kann. Nee, das glühe ich eins nicht hier. Das glühe ich eins nicht. In unseren Gläsern, da herrscht Ebbe die meiste Zeit. Oh, hauer, 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 hauer. Was ein Wunder, dass unser Pegel steigt. Bei dem sagt Pauli Landungsbürger Nummer drei, Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen, doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Und nun kommt er schon wieder, ne? Ein Hamburger Brauhaus im Hafen, wir ziehen Resümee. Ja, sag mal, was hat er sich hier eigentlich beigedacht? Unser Durst macht dieses Ausweiten weltbekannt. Oh, hauer, hauer, hauer. Drum stoßen alle an, hier an der Hafenbahn. Und jetzt wird es bei den Sankt Pauli Landungsbürger Nummer drei. Das ist die Adresse von Hamburgs schönster Brauerei. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen, doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen, Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen.